Herzlich willkommen zu unserer Digital Signage Videoreihe. Mein Name ist Jörg Preuß, ich bin der Geschäftsführer der MIB GmbH. Heute sprechen wir über LCD Video Walls. Hier haben wir mal eine kleine Auto gebaut. Das sind 55 Zoll Monitore in einer Formation von 2x2. Natürlich gibt es Video Wall Monitore auch in anderen Größen, aber nicht in ganz so vielen. Man hat 46 Zoll, 47 Zoll und 55 Zoll Größen. Die unterscheiden sich darunter, dass die Abstände, die mechanischen Abstände zwischen den aktiven Flächen möglichst gering sind. Es gibt Monitore in dem Bereich von 5,6 mm Abstände, man spricht von Active to Active, bis hin zu 0,8 mm. Video Walls können in zwei unterschiedlichen Weisen angeschlossen werden. In der Regel nimmt man einen PC und einen Signalkabel, ein HDB-Kabel und schließt die Monitore im sogenannten Daisy Chain Verfahren in einer Schlange aneinander. Den einzelnen Monitor wird gesagt, welchen Teil ihres Full HD oder ihres 4K Bildes sie anzeigen sollen und somit ergibt sich ein großes Bild. Eine weitere Alternative ist, jeden Monitor einzeln über einen Video Wall Prozessor oder bei kleineren Walls auch mit PCs mit mehreren Grafikausgängen direkt nativ anzuschließen. Hier ist der Vorteil, dass Sie wirklich jeden Monitor mit Full HD bespielen können. Video Walls Monitore und natürlich auch die passenden Halterungen, weil auch darüber muss man sich Gedanken machen bei der Montage, gibt es natürlich bei uns. Wir beraten Sie für Ihren Platzbedarf, wie wichtig Ihnen der Abstand ist von Active to Active und natürlich die Qualität und den Zuspieler. Besuchen Sie uns einfach unter www.meb-terminal.de oder rufen Sie uns an 0212 64 23 32 30. Unser Team aus Solingen freut sich auf Sie. Vielen Dank! 3 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11